Rotspotzer, das ist schon die Miki-Kunst. Pass auf dich auf, reiß dich zusammen und mach nicht wieder so einen Scheiß wie letztes Jahr. Du, der Nachbar ist selber schuld, warum stell dir eine Kloschüssel vor das Haus? Weil es Spermüll war und abgeholt werden sollte. Oder was, was das ja schon wieder ist. Du musst jetzt ganz stark sein. Wenn ich nicht wiederkomme, dann sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Aber ich bin doch deine Frau. Tut mir leid, ich war jetzt gedanklich schon voll auf Leon heute, also ich muss dann auch gehen, gell, bitte? Was ist wenigstens dein Thema unterwegs? Nein, natürlich nicht. Ach, mir auch recht. Sag mal, wie schaust denn du aus? Und was ist das? Hast du einen Waschbären dabei? Wie? 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 Wie ist das? Was ist das? Tip, wie? Wir gehen doch mal.